Was sind die Ursachen des Lymphödems? Das Lymphödem ist ein Zustand, der durch hohe Lymphflüssigkeitsmengen gekennzeichnet ist, die in die Gliedmassen fließen und darin verbleiben. Eine der häufigsten Ursachen für diese Erkrankung hängt mit Erbkrankheiten wie der Meiger- oder Mielreukrankheit zusammen. In anderen Fällen kann das Lymphödem durch Infektionen oder akute Zustände und ihre jeweiligen Behandlungsformen verursacht werden. Zum Beispiel ist eine Operation, die Lymphknoten entfernt, häufig für die Entwicklung eines Lymphödems verantwortlich. Außerdem wurde festgestellt, dass die Strahlentherapie und bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente mit einem Lymphödem in Zusammenhang stehen. In Fällen, in denen ein bestimmtes Medikament die Schuld hat, kann denjenigen, die an Symptomen der Lymphämie leiden, eine Alternative verschrieben werden, obwohl dies nicht immer der Fall ist. Eine der häufigsten Ursachen für Lymphödeme sind vererbbare Erkrankungen. Die Mielreukrankheit ist eine häufige erbliche Erkrankung, die häufig für die Entwicklung eines Lymphödems verantwortlich gemacht wird. In diesem Zustand werden Lymphknoten deformiert und können den Lymphfluss im Körper nicht ausreichend aufrechterhalten. Im Gegensatz dazu weist die Meikekrankheit, eine weitere der häufigsten Ursachen für Lymphödeme, Lymphknoten auf, die den Lymphfluss nicht steuern können. Lymphödeme, die durch Erbkrankheiten hervorgerufen werden, werden häufig am erfolgreichsten behandelt, da sie frühzeitig erkannt und identifiziert werden können. In einigen Fällen wurde die Bestrahlung mit der Entwicklung eines Lymphödems in Verbindung gebracht. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente, insbesondere solche, die üblicherweise bei der Behandlung von Brustkrebs eingesetzt werden, eine Hauptursache für Lymphödeme sind. Diejenigen, die ein neues Medikament annehmen und die Symptome eines Lymphödems erleben, sollten sobald wie möglich ihren Arzt konsultieren. In einigen Fällen kann ein Medikament verschrieben werden, das ähnliche Vorteile ohne Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Lymphödemen bietet. In anderen Fällen müssen die Patienten einfach warten, bis das Medikament abläuft, bevor die Lymphödembehandlung beginnen kann. Infektionen, akute Zustände und die Art und Weise, wie sie behandelt werden, sind eine der häufigsten Ursachen für Lymphödeme. Operationen sind zum Beispiel im Allgemeinen mit der Entwicklung von Lymphödemen verbunden, insbesondere solchen, bei denen die Lymphknoten absichtlich oder unabsichtlich aus dem Körper entfernt werden. In einigen Fällen können krebsartige oder nicht-kanzeröse Tumore zur Entwicklung von Lymphödemen führen, da der Tumor den Fluss der Lymphe durch den Körper verlangsamen oder einschränken kann. Manchmal können auch Infektionen wie Philariosen zu Lymphdemen führen. Sobald diese primären Zustände erkannt und behandelt werden, nehmen die Lymphödemsymptome ab und der Lymphfluss durch den Körper normalisiert sich wieder.